Übsttal bis Gstaat bzw. Schütt Radfahrbrücke über die Ebs Radfahrt Radfahrt Brücke über die kleine Ibs bis Ibs Brücke Brücke über die Ebs Radfahrt In Schütt entweder rechts oder gerade den Abkürzer nehmen Brücke über die Ebsen in Schüttel Hier käme der Abkürze herauf. Auf der asphaltierten Y-Radweg Autobahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Stauwerk Gessulz Ein großer Rastplatz mit schöner Aussicht. Das wilde Ipstal Ein großer Rastplatz mit schöner Rastplatz mit schöner Rastplatz. Die Ipsbrücke Rechtsabzweigung beim Kraftwerk Oponitz Ein großer Rastplatz mit schöner Rastplatz. Die Ipsbrücke Die Ipsbrücke Die Ipsbrücke Die Ipsbrücke Die Ipsbrücke Die Schluchtenweghütte bzw. die Schluchtenhütte. Die Schluchtenweghütte und die Schluchtenweghütte. Die Schluchtenweghütte und die Schluchtenweghütte. Die Schluchtenweghütte und die Schluchtenweghütte. Fahrt entlang des Ofenbachs. Die Schluchtenweghütte. 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 Rabenstadel und Holzerbauernkreuz. Das Rabenstadel ist ein Sattel mit einem Matterl. Nach dem Rabenstadel geht es rechts weiter. Blick aufs Holzerbauernkreuz am oberen Rand der Wiese. Die Schluchtenweghütte auch mit einem Matterl. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Abfahrt entlang des Reisenbaches. Vielen Dank. Der Senftenhof. Vielen Dank. Der Single oberhalb des Weidhofenbaches. Bald nachdem wir die Hauptstraße erreicht haben, biegen wir durch ein Mäuseloch in den Single ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine kleine Furt. Vielen Dank. 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 Zum Schluss ist der Single etwas ausgesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kanzel. Die Kanzel mit schönem Blick nach Weidhofen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.